Von einem Land, das von Neonazis regiert wird, kann also nicht die Rede sein, wenn der Präsident Jude ist. Das heißt, was die russische Regierung macht, ist etwas, das in solchen Situationen nicht gerne gemacht wird. Man nimmt eine Kernwahrheit, pflanzt ihn ein und macht einen riesigen Baum daraus, um mal mit der Fug... Das heißt, was die russische Regierung macht, ist etwas, was die russische Regierung macht. Das heißt, was die russische Regierung macht, ist etwas, was die russische Regierung macht. Das heißt, was die russische Regierung macht, ist etwas, was die russische Regierung macht. Das ist etwas, was die russische Regierung macht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.